Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von One Piece. Ich bin Guter Sachse und wir spielen diesmal neue Geschichten, nicht mit dem Kaino, nur mit dem Ace. Und der fängt gerade ein. Ich habe schon gedacht, bevor ich hier war, habe ich schon wieder einen großen Krieg und so weiter. Dann drücke ich in der letzten Folge hier drauf und dann, oh, auf Insel was anderes. Geil. So, Duell gegen Banoro. Okay, gegen Banoro wieder kämpfen. Okay, dann wieder gegen Blackbeard. 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 Dann wieder gegen Blackbeard. Okay, da für die Brache. Dann wollte ich die Brache. Wenn es nicht so gut war, kam ich hinzu. Ich bin der Schleif, der ich bin. Ich bin der Schleif. Der ist jetzt der Schleif. Der Herr Wälder ist jetzt der Fall. Ich bin der Schleif. Ich bin der Schleif, der Luffy in diesem Wouter-7. Und ich bin der Schleif. Luffy? Was ist das? Ich kann mich nicht immer so sagen. Es ist mein弟. Das ist alles. Und natürlich, ich bin auch deinem Freund. Ich kann nicht sein. Alter Okay, das ist Ja Das ist ein Schmerz. Geh nicht! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Der Wettbewerb! Die Welt? Die Schmerzen? Die Schmerzen? Ich bin der Wettbewerb. Die Welt von Bannaro. Die Schmerzen der Wettbewerb ist das Wettbewerb zu sagen. Das ist ein Schmerzen. Das muss ich einfach sein sein. ok machen wir erst mal hier das ist es ist es ist es ist es 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 Zweite Gang! Eee... Eee... Aşkın! Eee... Aşkın! Dövdüciey! Dövdüü primo! Cu... Meryl! Fepes de doğumma... Moria! Oh, sick. Nein! Oh, fuck. Fuck, I'm gonna get some Moria. Fuck, I'm gonna get some Moria if she's in it. Bäh, Böggöggö, Böggömmöien! 1 Das ist, uh, nice. Du bist es, weh hier nicht. Yo. Na ja. Na ja. Oh wie schwer muss man sein wie ein ohne schreit der kreis Oh Gott. Hiiiih! Der oder so, er konnte nie keinen Angriff machen! So, ich speziell! Der oder so, er wurde auf. Schau! Puhh! 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 Kageo yokose! Samedaara! Puhh! Samedaara! 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 Puhh! Háááá! He-háá! Kiga! Puhh! 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 Kageo yokose! Oweilhe quco 18es! Euhm! Puhh! Fick dich, ganz ehrlich, meine fucking Gott. Jede fucking mal versuche ich in die scheiß bestimmten Hände abzutreten. Oh, das ist ein... Ah, super. Alter, wie viel Schaden macht ihr, fucking Bastard? Demo, übertrieben viel Damage. Oh, das ist ein... 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 Was magst du, du blühter? Ich habe verloren, Scheiß, ich konnte das so locker gewinnen. Alter, habe ich gewonnen. Boah. Das war glaube ich ein Fake. Mit den Karten hatte ich ja vorher gesehen und jetzt bin ich hier schon automatisch. So, egal. Machen wir... Nein, Leute, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns natürlich morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und ciao.